Der Podcast, in dem wir zum Beispiel gesellschaftliche Trends auf den Prüfstand stellen und diskutieren, ob es sich dabei um Guilty Pleasures oder aber um harte Verfehlungen handelt. Ich bin Christoph, ich habe mein Theologiestudium erfolgreich abgebrochen und bei mir sitzen auf der linken Seite Urs und auf der rechten Seite Alex, nicht politisch gemeint. Die beiden Herren hier sind Diakone, das sind Männer, die verheiratet, taufen, beerdigen können, aber auch selbst verheiratet sein können. Urs, wenn ihr also keine richtigen Priester seid, dürfen das dann doch auch eigentlich Frauen werden und wenn nein, wie scheiße findest du das? 20 Sekunden oder weniger? Ich finde das unfassbar scheiße. Das Einzige, was ich an der Forderung an weiblichen Diakonen doof finde, ist, dass es zu wenig ist. Es müsste ja weibliche Priesterinnen geben. Also nicht nur nach der kleinen Lösung fragen, sondern nach der großen. Vielen Dank. Ich kenne die beiden hier an meiner linken und rechten Seite ja sehr gut und ich weiß daher, dass sie dazu neigen, pastoral daher zu schwafeln. Wenn das passiert, dann kommt eher der Buzzer von mir, meine pastorale Hupe, zum Einsatz. Und bei wem es am Ende am häufigsten gehupt hat, der muss büßen. Aber wie genau, Alex? Also, es wird ein Wort in einer der nächsten Folgen platziert werden müssen, welches, ja, vom Sieger darf man in dem Fall sagen, genannt werden darf. So. Eine engelsgleiche Stimme erinnert uns jetzt nochmal daran, was eigentlich Sünde ist. Die Sünde ist eine durch den Menschen verursachte Trennung von Gott. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Damit wir nicht noch beim jüngsten Gericht diskutieren, wird jetzt noch die rituelle Eieruhr gestellt. Und dann geht's auch schon los. Achtung, Obacht, Anmoderation aus der Hölle. Urlaubszeit ist Reisezeit. Oh Gott. Ja, es ist wirklich Sünde, so anzumoderieren. Egal. Darum geht's ja heute zum Glück nicht. Es geht um folgendes Thema. Im vergangenen Jahr sind 5% der deutschen Urlauberinnen und Urlauber mit der Bahn verreist. 47% aber mit dem Flugzeug geflogen. Ein Flug nach Gran Canaria zum Beispiel, der verursacht pro Person so viel CO2 wie 75% der Treibhausgase, die man in einem Jahr mit Auto, Bus und Bahn in die Umwelt pustet. Flugverkehr ist aber nur für 5% der globalen Erderwärmung verantwortlich. Die größten Verursacher von Treibhausgasen sind immer noch der Energiesektor und die Industrie. Unsere Frage also heute, ist es Sünde, in den Urlaub zu fliegen? Zunächst das Bekenntnis. Ich bin in diesem Jahr einmal innerhalb Europas geflogen. Im Jahr davor ehrlicherweise aber dreimal. Ich bin auch einmal mit dem Auto gefahren. Aber das war ein Skiurlaub. Und wie ich das so höre, ist da die Umweltbilanz auch nicht so richtig gut. Alex? Ich muss überlegen. Es war noch vor Corona, deutlich vor Corona. 2019 bin ich nach Madeira geflogen. Das war dein letzter Flug? Mein letzter Flug tatsächlich. Urs? Ich bin zweimal im Leben geflogen in den 90er Jahren und dann habe ich mir genau solche Statistiken, wie du sie eben verlesen hast, vorgenommen und da entschlossen, das mache ich nicht nochmal, außer in irgendeinem Notfall. Aber aufgrund von Urlaubsreisen werde ich das nicht mehr tun. Ich hoffe, ich halte das aufrecht. Es ist wirklich interessant, dass du da direkt so vernünftig rangegangen bist. Bei mir, also ich bin auch definitiv nicht oft geflogen, aber bei mir liegt es wirklich daran, dass meine Eltern panische Angst vorm Fliegen hatten, obwohl sie nie im Flugzeug saßen. Also bis heute, doch meine Mutter, glaube ich mal. Aber durch diese Angst, die da so geschürt wurde, war also dieses Verkehrsmittel für uns absolut tabu. Ich glaube, das erste Mal im Studium 2000, wann war denn das, 2005 oder 2006, da bin ich mit Kommilitonen nach Rom geflogen. Das war unfassbar aufregend, weil ich dachte, ich komme natürlich lebendig nicht wieder. Aus dem, was du sagst, Urs, merke ich nochmal mit Erschrecken, wie lange das schon bekannt ist und wie lange uns das schon begleitet. Also in den 90er Jahren bist du das letzte Mal, ich vermute, nach Schottland geflogen? Einmal nach Schottland geflogen und einmal, nee, das war Anfang der 2000er, bin ich dann nochmal mit meiner damaligen Freundin nach Rom geflogen. Und das war bei uns in der Schule natürlich Thema, in der Oberstufe Umweltverschmutzung und so weiter. Deswegen habe ich auch da gesagt, da war klar, der individuelle Personenverkehr, also dass Leute mit dem Auto von A nach B fahren, bringt den Planeten um. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache keinen Führerschein. Ich habe dann auch erst Mitte 30 einen Führerschein gemacht und es wäre mir lieber, ich hätte keinen gemacht. Aber du würdest doch sagen, dass du von sehr, sehr vielen Dingen profitierst, die nur durch Flugverkehr möglich sind, oder? Ganz genau. Deswegen klopfe ich mir hier nicht auf die Schulter und sage, oh heiliger Urs, was hast du Tolles geschafft. Ich profitiere natürlich davon, alle möglichen Dinge, die importiert werden. Wenn du Äpfel aus Chile kaufst, die sind ja auch nicht mit dem Fahrrad gekommen. Also natürlich profitiere ich vom Flugreisen und bin deswegen überhaupt nicht unschuldig daran. Gar keine Frage. Alex, aus christlicher Sicht, was ist denn dazu zu sagen? Also da kommen wir in den Bereich, dass Bewahrung der Schöpfung ja doch irgendwie ein christlicher Auftrag ist, oder? Ja, tatsächlich. Also ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge die ja mittlerweile berühmte Umweltenzyklika von Papst Franziskus noch mal einmal zur Rate gezogen. Laudato si. Oh, muss den jungen. Ich wusste, es ist kein Partyhit von Micky Krause und um den geht es jetzt nicht. Und Urs, ich muss dir natürlich die pastorale Hupe jetzt erteilen. Nimm mich gerne in dem Fall. Ja, weil wir dieses Lied hier nicht hören wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Oh, ah. Ja, wir kommen vielleicht bei einem anderen Podcast mal dazu. Stimmt. Wäre jetzt hier zu weit. Wir wollen nicht mehr Laudato si hören. Ich entschuldige mich. Das Lied Laudato si steht in vielen katholischen und evangelischen Liederbüchern. Gegen den Komponisten, den Priester Winfried Pilz wurden nach seinem Tod schwere Vorwürfe erhoben. Ich fand es, also ich finde es einfach sehr, sehr interessant, dass Franziskus aus Sorge um oder für, ich glaube er schreibt, für das gemeinsame Haus, ja und damit ist die Erde gemeint, diese Enzyklika verfasst hat. Und er beschreibt, dass im Grunde genommen eine Minderheit der Menschheit, eine Minderheit gegenwärtig in einem Verhältnis konsumiere, das unmöglich verallgemeinert werden könnte. So, das kritisiert er natürlich in epischer Breite und in vielen Kapiteln. Und genau diesen Gedanken möchte ich auch voranstellen beim Thema Fliegen. Es geht nicht um das Fliegen an sich. Ja, das ist ein Verkehrsmittel, das uns allen große Hilfestellungen auch ermöglicht im Alltag. Es geht einfach um die Menge und um die Häufigkeit. Also das Shopping-Erlebnis an einem Wochenende in London mal eben schnell zu realisieren, weil es einfach, ich glaube, nach wie vor unfassbar günstig ist. Das kommt auf die Fluglinie an. Kommt auf die Fluglinie an, da hast du natürlich recht. Die Fluggesellschaft Eurowings bietet Flüge von Düsseldorf nach London ab 59,99 Euro an. Ryanair bietet sie ab 14,99 Euro. Das kann natürlich dazu beitragen, dass ich dieses Verkehrsmittel und damit natürlich auch die CO2-Produktion ins Unverhältnismäßige steigere. Und das dann einfach sehr, sehr schnell zu einem zu viel wird. Und das ist das Problem. Ja, aber das Problem ist jetzt, sagt man natürlich, der Shopping-Krank nach London, das geht nicht. Flüge im Inland, das geht nicht. Aber selbst wenn man die alle streichen würde, wären wir einen Schritt weiter, alles richtig, alles gut. Aber Christoph hat zu Recht darauf hingewiesen, wir importieren total viel mit Flugzeugen, wir profitieren vom Flugverkehr auf unterschiedlichste Art und Weise. Und man muss auch sagen, für die tolle Bildungsreise nach, was weiß ich, Nigeria oder Chile, ist das Fliegen zu viel. Ja, bin ich ja ganz bei dir. Und das ist aber das Grundproblem bei dem Thema ist, du hast auch völlig recht, das Grundinteresse ist ein Grundgutes. Dass Leute sagen, ich will über den Tellerrand hinaus blicken, ich will mal was anderes sehen, ich will vielleicht auch mal in Land, um neue Kulturen kennenzulernen, meinen Horizont zu erweitern und so weiter. Die Sache, die Motivation, das tun zu wollen, die ist Grundgut, die finde ich absolut richtig und die bringt uns auch gesellschaftlich oder als Menschen näher zusammen. Das finde ich großartig, aber so geht es offensichtlich nicht. Wenn man die Zahlen hört, du hast es selber gesagt, die sind katastrophal und alle anderen Reiseformen sind besser, bis auf eine. Was ist noch schlimmer als Fliegen? Ich nehme mal an, mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Absolut, das Kreuzfahrtschiff, das sind Zahlen, da kriegst du, da denkst du, das kann nicht stimmen. Eine siebentägige Kreuzfahrt verursacht ungefähr so viel CO2-Emissionen wie eine Flugreise in die Karibik. Allerdings kommt bei Kreuzfahrten in den meisten Fällen noch der Flug zum Abfahrtshafen und ein Rückflug hinzu. Ich möchte euch gerne fragen, seit wann die Kirchen eurer Meinung nach eigentlich auf dem Öko-Trip sind? Ich habe das ja in meiner Jugend so kennengelernt. Das ging Hand in Hand, Ostermärsche, Friedensbewegung, Bewahrung der Schöpfung. Das war aber ja sicherlich nicht immer so. Wann ist das bei der Kirche erwacht? Also ich bin jetzt, bitte nagel mich jetzt nicht wieder auf Jahreszahlen fest, aber ich bin jetzt gedanklich schon wieder bei Franziskus, aber hier also wirklich beim Original Franziskus. Der Sonnengesang, der berühmte Sonnengesang des Franziskus, der ja im Grunde genommen schon der Schöpfung huldigt und sagt, wir müssen sie als unsere, also die Schöpfung und alle Wesen der Schöpfung als Geschwister, als Brüder und Schwestern wahrnehmen. Ja, für alle, die nicht so firm im heiligen Lexikon sind, du redest vom heiligen Franziskus, der den Franziskanerorden gegründet hat. In welchem Jahrhundert wenigstens sind wir da? Ist das peinlich, ist das peinlich. Äh, zwölf, zwölfhundert irgendwie, elfhundert. Wir liefern das nach. Franz von Assisi lebte von elfhundertundachtzig bis zwölfhundertsechundzwanzig. Aber er gehört ja deswegen zu den jungen Orden. Das sind die jungen Orden. Die neuen Orden. Ja, genau. Urs, hast du denn deine Kirche früher auch als eine Kirche wahrgenommen, wo das wichtig war? Ja, absolut. Also ich weiß noch, dass wir bei der Firmung, also Firmung macht man so mit 14, 15 in der katholischen Kirche, dass da auch das Thema Bewahrung der Schöpfung war. Also Bewahrung der Schöpfung ist das katholische oder christliche Wort für Umweltschutz. Und ich weiß noch, dass wir beim Pfarrer im Garten einen Teich gebaut haben, damit da Tiere sich ansammeln können und Vögel trinken können und Insekten einen Ort zum Leben haben und so. Und wir da wirklich gebuddelt haben, wie die Idioten es auch überhaupt nicht richtig konnten und da diesen Teich angelegt haben. Und andere haben halt andere Projekte gemacht. Und das war da schon total wichtig, dass man sagt, wir müssen was für die Umwelt tun. Du hast gerade, Alex, was darüber erzählt, wie Papst Franziskus darüber spricht, dass wir da Mäßigung walten lassen sollen. Aber gerade der Vatikan und der ganze katholische Organisationsapparat, der muss doch wahnsinnig viel fliegen, oder nicht? Allein, wie oft fliegt ein Bischof nach Rom, um da nochmal Hallo zu sagen? Ja, sehr oft, mal ganz davon abgesehen, dass, glaube ich, nach wie vor jeder Bischof auch einen eigenen Pfarrer und natürlich auch einen eigenen Fuhrpark über einen Fuhrpark verfügt. Ja, natürlich, da kommt einiges zusammen. Und das ist ja tatsächlich etwas gegen dieses Thema, sich Papst Franziskus eigentlich zu Beginn seines Pontifikats noch viel, viel, viel deutlicher gewandt hat. Denn das Ding ist, du hast ja gerade von dem Teichbuddeln bei eurem Pfarrer erzählt und so, das haben wir früher auch gemacht, aber ich kann jetzt nur für meinen Teil sprechen. Ich fand, das war eine tolle Aktion und es hieß immer, ja, wir müssen jetzt was für die Umwelt tun, aber was das jetzt wirklich bedeutet und dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wir das machen, das ist so nicht durchgesickert. Und das ist aus meiner Sicht auch das, was Papst Franziskus in seiner Enzyklika beschreibt, dass wir Menschen eigentlich von Beginn an nicht zum richtigen, ich zitiere ihn jetzt, zum richtigen Gebrauch dieser Mächte erzogen werden. Also es geht nicht um das Fliegen an sich oder um das Autofahren an sich und so weiter, alles Errungenschaften der Menschheit, keine Frage, aber wir gebrauchen sie nicht richtig. Verstehe ich euch richtig, Alex, du sagst, man müsste eigentlich viel bewusster fliegen und sagen, diese Reise ist sündhaft für den Friseurbesuch von London nach L.A. zu fliegen. Gab es mal Berichte über eine Prominente, die das angeblich alle paar Wochen so gemacht hat, aber Reisen, um den Horizont zu erweitern, die dann natürlich auch vielleicht seltener sind, die, die sind wichtig. Urs, habe ich jetzt verstanden, du sagst, das ist Augenwischerei, ist alles beides furchtbar, unterm Strich. Ja, also die Dinge besser zu machen, ist schon gut, aber das löst nicht das Problem. Ich glaube, wir werden ohne Verzicht nicht auskommen, aber der richtige Gebrauch ist ja wahrscheinlich damit auch gemeint, das ist nur das schönere Wort. Wir müssen verzichten, wir müssen verstehen, dass das eine schwierige Geschichte ist, wir müssen verstehen, dass wir das nicht ständig machen können und nicht, weil die Kirche euch den Spaß verbieten will, sondern weil der Arsch sonst ab ist und zwar richtig. Und damit steht der Vatikan übrigens nicht alleine da. Greenpeace zum Beispiel, wenn man da auf die Homepage geht, da gibt es fünf Tipps fürs nachhaltige Reisen. Und, oh Wunder, oh Wunder, das erste ist, macht in der Nähe Urlaub. Am besten mit dem Fahrrad, da ist es auch schön, könnt ihr euch angucken. Oder macht Fahrgemeinschaften, aber bitte fliegt nicht. Aber ich habe auch mal eine Expertin vor einigen Jahren im Radio gehört, die gesagt hat, das heißt doch gar nicht das Ende vom Fliegen. Die hat gesagt, ja klar kann man Fernreisen auch mit dem Flugzeug machen, aber eben nur alle zehn Jahre. Und wenn sich darauf alle einigen würden, dann würde vielleicht ich auch fliegen, weil ich will auch nach Israel, ich will auch Jerusalem sehen, ich will auch den Grand Canyon sehen, ich habe nichts gegen Fernreisen, ich würde da gerne hin. Ne, jetzt nicht, ich bin so ein armer Kerl und opfere mich, darum geht es nicht. Aber das geht halt nicht, weil ich glaube, das ist unser Auschwitz. Wo wir, wo die uns hinterher sagen werden, die Kinder, wenn der Arsch ab ist, werden die sagen, ihr habt das doch alle gewusst und seid trotzdem weiter mit 7,5 Tonnen zur Arbeit gefahren und habt Äpfel aus, ja wieder schon, sag ich schon wieder, aus Chile gekauft. Und so habt ihr alles gewusst und habt gesagt, ja ich kann ja nichts machen. Und dann stehst du dumm da und sagst, ja habe ich gewusst, aber ich war zu faul. Wir sind so konditioniert, wir schauen immer noch durch diese Brille einer wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung, es trifft immer die Schwächsten, ja, denn es geht immer nur um das Prinzip der Gewinnmaximierung. Und dieses Prinzip ist zum Scheitern verurteilt. Nur damit der Vergleich nicht falsch verstanden wird, sobald das Wort Auschwitz fällt, ist man verständlicherweise sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr nervös. Du meinst damit, ich will das nur nochmal ganz klarstellen, dass die nachfolgende Generation, dass uns vorhalten wird, ihr habt gewusst, wie sehr ihr der Umwelt schadet, ähnlich wie die Generation meiner Eltern, unserer Eltern der Generation vorgeworfen haben, ihr habt doch gewusst, was passiert ist. Das ist ein sehr, sehr großer Vergleich, aber es geht hier nicht um die Schwere der Tat, sondern dass es bewusst gewesen ist. Aber ich glaube auch, das Zusammenbrechen der Natur, des Ökosystems, das wird auch eine sehr große Sache werden, die, das ist ganz anders, da ist kein Evil Plan dahinter wie beim Nationalsozialismus, aber da werden, und heute schon, gibt es eine Menge Opfer. Es hasst ja keiner die Umwelt. Nein, es hasst keiner die Umwelt. Und es würden ja auch alle sagen, ja, wenn das ohne Umweltverschmutzung geht, machen wir das ja. Ja, geht das ohne Umweltverschmutzung? Es gibt ja Pläne, Ideen, zum Beispiel synthetische Treibstoffe herzustellen. Können wir darauf warten? Also, das ist ja auch so diese Gruppe von Menschen, so wie Dieter Nuhr zum Beispiel und andere, die sagen, ja, die ganzen Grünen, die Nerven, mit Verzicht will ich nicht. Die Wissenschaft wird alles lösen. Die Wissenschaft wird alles lösen, die werden Techniken finden und dann geht das alles problemlos. Bin ich sofort dabei, fände ich toll, wenn das so ist, aber zumindest bis dahin wird es ohne Verzicht nicht gehen. Ja, ich lege nochmal einen Gedanken dazu. Es geht, wir befinden uns in einer Umbruchphase, ja. Natürlich wird die Technologie, die Wissenschaft irgendwann auch diesen CO2-Ausstoß reduzieren können. Das ist völlig klar. Oder wir haben ja gerade auch die Debatte beim E-Auto, ja. Funktioniert ja noch nicht so optimal wie ein Verbrenner, ja. Trotzdem ist es ja aber, ja auf lange Sicht gesehen, ein Invest in die richtige Technologie. Aber diese Umbruchphasen auszuhalten, ja, und trotzdem aber mit zu unterstützen, das fällt uns, glaube ich, einfach so schwer. Also, es kann sich ja erst etwas ändern, wenn wir diese Phase, auch wenn sie mühsam ist, mittragen, damit der Fokus dauerhaft auf diese richtige grüne technische Entwicklung gelenkt wird. Genau, und der andauernde Populismus dagegen bringt uns nicht weiter, sondern der hält die Entwicklung auf. Richtig. Und dieses berühmte Bild, Stau auf der Autobahn im Schnee und dann steht da drunter irgendwo auf Social Media, stellt euch das mal mit E-Autos vor. Wie kommen die denn alle wieder da weg? Ja, natürlich ist das ein Problem und natürlich wäre das total schwierig. Nur was hilft das denn der Sache? Ja. Nur was hilft das der Sache? Gar nichts. Und wenn ich natürlich ständig propagiere, dass mein Urlaubswunsch an einen warmen Strand zu fahren natürlich ohne Probleme mit einem Flug nach Australien umgesetzt werden kann, ja, dann möchte ich das, weil viele das wollen und weil es toll ist, weil ich viele Bilder sehe und, und, und. Das heißt, mein Bedürfnis, meine Wünsche sind so konditioniert, dass ich gar nichts anderes wollen kann und vielleicht den näheren Strand in Frankreich, den ich auch anders erreichen könnte, nicht sehe. Ich würde es auch so sagen, wenn du Australien super findest, kann ich verstehen, ich habe Bilder gesehen, ist bestimmt super, aber weil du es super findest und das ein Land bleiben soll, was man weiter bereisen kann, weil es da noch für Menschen eine lebensfähige Umwelt gibt, dann darfst du nicht hinfahren. Oder nur selten. Dann darfst du nur selten dahin fliegen. Es gibt auch da weiter die Tipps von Greenpeace, die sagen auch, okay, wenn ihr fliegt, dann könnt ihr zumindest versuchen, bewusst zu fliegen. Also die sagen, macht Direktflüge, weil Fliegen mit Umsteigen, Starten, Landen, je mehr startet und gelandet wird, das ist das, was massiv Kerosin kostet. Wenn ihr das vermeidet, dann ist schon mal ein Stück gewonnen. Wenn ihr wenig Gepäck mitnehmt, ist schon wieder was gewonnen, weil das Flugzeug ist dann nicht so schwer. Wenn ihr vegan esst auf dem Flug, weil natürlich Fleisch und so macht auch alles CO2, wenn ihr vegan esst auf dem Flug, ist schon wieder ein Stück gewonnen. Wie gesagt, das rettet die ganze Sache nicht, aber zu versuchen, das auf die bestmögliche Art und Weise zu machen, schadet auf jeden Fall nicht. Nehmt wenig Gepäck mit, fliegt, wenn ihr dann fliegen wollt, Economy und nicht Business Class, weil dann zumindest weniger Personen pro Fläche transportiert werden können und sowas. Das löst das Problem nicht, aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Seid ihr in diesem Punkt auch missionarisch unterwegs oder haltet ihr da lieber die Fresse, weil ihr wisst, was das für ein sensibles Thema ist? Wenn ihr am Kaffeetisch mit der Familie hört, ja und dann waren wir in Neuseeland, das war so schön und dann sind wir da und dahin gefahren. Wie geht ihr damit um? Ich bin nur insofern missionarisch unterwegs, dass, wenn es um solche Themen geht, ich vielleicht sage, ja, ich fliege nicht des und deswegen. Ich sage nicht, du sollst nicht fliegen, sondern ich sage, ich mache das nicht, ich kann das nicht machen, weil ich meine Kinder angucke und so. Aber mein Sohn ist letztens auch nach Spanien geflogen, Schüleraustausch, der hat da ganz tolle Erfahrungen gemacht und vor allem, der sagt, Spanien ist ein super Land, ich will da wieder hin. Weil ich das da kulturell und von der Natur und so weiter super fand und ich fühle mich auch wirklich kacke, weil ich sage, ja, ich mache das aber nicht und wir müssen dann da irgendwie anders hin. Dann gucken mich alle anderen an und sagen, was willst du da im Zug, vier und halb Tage, nein, übertrieben, zweieinhalb Tage da hinfahren. Ich bin mit deiner Tochter nach London geflogen, also auch in deiner Familie, auch wenn du dich gut dran hältst, wird natürlich trotzdem mit flugreichem CO2 produziert. Aber das bringt mich auf einen sehr, sehr interessanten Punkt. Ich gebe ja zu, dass ich öfter mal geflogen bin und in Europa das auch genieße, dass das möglich ist, ist, dass man da relativ schnell dann an sehr, sehr interessante Orte kommt. Aber zum Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, mit dem Zug in mein geliebtes London zu fahren und dieser Zug ist im Vergleich zu den Flügen so unfassbar teuer. Das fluktuiert immer so so ein bisschen, es gibt mal ein tolles Angebot, das ist aber immer noch nicht vergleichbar mit dem Preis, den es vielleicht haben könnte. Greenpeace hat 112 Reisestrecken in Europa untersucht. Auf 79 Strecken waren die Flüge günstiger als die Reise mit der Bahn, und zwar um durchschnittlich 50 Prozent. Wälzt sich mein Problem zu sehr auf andere Leute, wenn ich sage, um Gottes Willen, bitte mach doch die Bahnfahrten günstiger? Ja, das ist ja genau der Aspekt, macht sie günstiger, aber sie werden erst dann wirklich günstiger werden können, wenn sich der Fokus, wenn die Wahrnehmung der Personen, also einer großen Masse, sich tatsächlich auf dieses Fortbewegungsmittel konzentriert und wegbewegt von diesem immer noch als viel sexier geltenden Flugzeug. Nee, macht nicht die Bahnfahrten günstiger, macht das Fliegen teurer. Weil auch Zugfahren ist besser, aber nicht gut in der Masse, wie wir es machen. Es muss weniger gereist werden, davon bin ich ganz fest überzeugt. Bis sie dann den synthetischen Antrieb gefunden haben, oder was weiß ich, wie man dann CO2-frei, dann sollen alle so viel reisen, wie sie können, dann bin ich auch dabei. Dann ja, aber bis dahin reist weniger, und deswegen das Reisen im Ganzen muss teurer werden. Wir kommen zum Schluss. Ich frage euch, ist es Sünde, in den Urlaub zu fliegen? Alex. Nein. Weil? Das Fliegen an sich ist keine Sünde, der richtige, beziehungsweise übermäßige, nicht verantwortungsvolle Gebrauch ist Sünde. Urs? Leider ja. Uns interessiert, ist es für euch Sünde? Schreibt uns doch mal in die Kommentare oder eine E-Mail, wie ihr dazu steht. Ist das für euch Sünde, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu reisen? Und vielleicht auch, welche Fragen ihr sonst gerne von uns beantwortet haben möchtet. Zum Schluss schaue ich noch auf den Einsatz der pastoralen Hupen. Da gab es eine für das Zitat, beziehungsweise das Ansingen von Lauda Tussi. Urs, das geht hier gar nicht zu. Alexander, welches Wort muss Urs in einem der nächsten Podcasts einbauen? Transsubstanziationslehre. Kann ich nicht mehr aussprechen, herzlichen Dank. Dumme Sau. Wir hören uns beim nächsten Mal und da stellen wir uns diese Frage. Ist es Sünde, schwul zu sein? Bis dahin, tschüss. Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik Johannes Kras Engelsgleiche Stimme Manuela Reiser Ton und Schnitt Johannes Kasser